Ja, ich wollte euch nochmal Coco zeigen. Coco hat mich schon ein bisschen zugenommen in der Zeit, wo sie jetzt hier ist. Klar geht da noch was drauf, aber ein bisschen haben wir es schon. Und wir waren ein bisschen beim Frise. Also anfangs war Bürste schon ziemlich komisch und gruselig, aber das klappt jetzt immer besser. Und man sieht es jetzt auch echt schon, ne? Dass du nicht mehr so wie ein gerübtes Huhn aussiehst, ne? Nicht mehr so wie ein gerübtes Huhn aussiehst, ne? Das wird auch immer besser. Ja, Coco ist ganz lustig. Ja. Der Coco ist ganz lustig. Jede Menge Quatsch im Kopf, ne? Ja. Jede Menge Quatsch im Kopf. Die Bällchen sind auch ganz witzig. Aber wenn sie halt so doll wird und zu sehr hoch dreht, da haben die Herrschaften hier dann doch ein Veto, was sie einlegen. Und dann bremseln sie aus. Und dann ist dann auch ganz schnell wieder Ruhe im Karton. Das nimmt sie gerne an. Also Hundesprache versteht sie wirklich super. Mit uns Menschen ist sie manchmal noch etwas rüppelig. Das muss man halt noch mal ein bisschen üben. Aber durchaus, durchaus ein ganz freundliches, ganz nettes Mädchen, ne? Ja. Sie jetzt eigentlich nur darauf wartet, dass sie irgendwie was mit dem Ball machen. Aber wenn man hier krabbelt, dann kann man gar nicht mehr an den Ball denken. Und dann fällt man fast um. Jetzt brauchen wir mal für Koko noch ein Plätzchen. Dass wenn die Koko reisen darf, auch reisen kann. Wo sind denn unsere Schäferhundfreunde? Nehmen doch relativ kleine Mädchen, freundliche Mädchen, aufgeschossene Mädchen, gut sozialverträglichen Mädchen, Hübschenmädchen mit den dollen Ohren, ein Plätzchen geben können. Hä? Hä? Wo sind denn? Koko, Lino!